Ich erinnere mich noch gut, wie es 1940 in einem Inserat geheissen hat, der Migros werde jetzt eine Genossenschaft. Und kein Jahr später ist in einer Broschüre gestanden, jeder könne Mitglied werden, könne Migros Genossenschafter werden. Aber der Migros hat uns ja schon immer wieder mit irgendetwas überrascht. Zuerst hat man damals gedacht, ja wieso jetzt gerade das? Und im Nachhinein muss man sagen, es ist ja auch gut rausgekommen. Wir haben also den Migros regelrecht geschenkt bekommen. Wir alle können über die Zukunft der Migros mitbestimmen. Und darum verdient ja auch der Migros heute noch unser Vertrauen. Wir haben gestern schon an heute gedacht. Und heute denken wir an morgen. Mehr auf generationm.ch